Hi liebe Leute, wir sind wieder bei einer kleinen Schatzsuche und zwar in World of Warcraft, in dem Gebiet die schallenden Tiefen. Hier gibt es eine kleine Höhle und zwar hier an der Ecke kann man reinlaufen und da muss man halt eine Schlüssel finden und der befindet sich meistens in diesen Truhen. Einfach die Truhen abgrasen und dann wird irgendwo der Schlüssel drin sein. Natürlich machen die euch auch Schaden, ihr müsst ein bisschen aufpassen, es sind halt auch Fallen dabei und irgendwann auf jeden Fall ist dann die richtige Truhe mit dem richtigen Schlüssel dabei. Ihr müsst halt aufpassen. Einfach alles looten. Sieht gar nicht so gut aus. So, da war der Schlüssel und damit könnt ihr dann die Kiste öffnen. Und bekommt dadurch dann auch das Spielzeug, Truhe des Adeligen auf Putzers. Ich hoffe ich konnte euch helfen, wir sind zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.